Hallo zusammen, ich hier ist wieder Heutchener und heute bin ich wieder für euch in Battlefest und heute unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mountguide präsentieren und zwar geht es heute um die drei Mounts, die wir aus der Raid Instanz Schlacht um Dazaalor bekommen und da fangen wir gleich mal an. Ich habe euch ja schon eins davon ein bisschen näher vorgestellt bzw. jetzt wollte ich euch die anderen beiden noch zeigen und ich würde sagen, wir steigen gleich mal ein. Wir geben hier mal Dazaalor ein und ihr seht ihr schon, wir haben drei Mounts. Den Windschnitter von Dazaalor hatte ich euch in einem extra Video schon mal ein bisschen genauer vorgestellt und zwar ist das das Mount, was wir für das Meta-Achievement aus dem Raid bekommen, sprich Ruhm des Schlachtzyklers von Dazaalor. Und das hier ist quasi ein schicker Pterodax, der in einem, ja, bisschen grün-blaulichen Ton gehalten ist. Manche Leute würden auch sagen, Türkis, was das jetzt genau ist, mag ich nicht genau deuten. Auf jeden Fall ist es ein schickes Mount und was müsst ihr dafür genau machen? Ihr müsst einmal hier unter Dungeon Schlachtzüge reingehen und dann hier das Meta-Achievement abschließen und da gibt es, ja, bei jedem Boss quasi was Kleines zu machen. Ist diesmal relativ einfach und wie gesagt, da habe ich schon mal ein komplettes Video dazu gemacht. Das werde ich euch verlinken, wie jeder einzelne Erfolg geht. Das könnt ihr auch bequem im Normal machen, sprich ihr braucht da kein krasses Gear oder eine krasse Gilde. Das kann man auch ganz bequem, ja, mit einem Random Haufen zusammen basteln. So viel zu dem. Dann kommen wir zum zweiten Mount und zwar haben wir den G-Mod. Das ist dieser Schicke hier. Diesen könnt ihr in jeglicher Schwierigkeitsstufe in der Instanz spielen. Er droppt von einem Boss. Ich sage jetzt extra hier ein Boss, denn es sind verschiedene in verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Klingt komisch, ist aber so. Und zwar prinzipiell ist das ja, ja, das Gefährt von Mechadrill, also dem, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, siebten Boss in der Raid Instanz. Halt, da gehen wir rein. Also hier einmal Hochtüftler Mechadrill. Der droppt den G-Mod eigentlich soweit in jeder Schwierigkeitsstufe. Wie ihr seht, normal, normal, heroic und mythisch. Außer im LFR, ja, kurz bevor der dritte LFR-Flügel aufgemacht hat, hat Blizzard sich dazu entschieden, diesen nicht bei dem Boss droppen zu lassen, der ihn auch als Gefährt hat, sondern er droppt im LFR von Jaina. Hat den Hintergrund, dass Blizzard nicht will, dass die Leute in den LFR gehen, den ersten Boss in dritten Flügel umhauen, was Mechadrill in dem Fall ist, und dann alle liefen, weil sie, ja, quasi nichts weiter brauchen, außer das Mount. So hätte ich es auch gemacht. Jetzt ist die Problematik, deswegen haben sie ihn auf Jaina geschoben, und jetzt muss man halt den ganzen letzten Flügel, also die drei Bosse durchziehen, um dann im LFR den farmen zu können. Ich habe das durchgezogen, habe mir den LFR angetan, ist ein bisschen nervig. Wenn ihr aber viele Twinks habt, ist das ganz praktisch, denn ihr braucht nur 3,50er Item-Level. Das bringt man mit einem Gammeltwink relativ schnell hin. Ich habe da mittlerweile 20 Stück, die das Item-Level haben, so um den Dreh rum, und habe da einfach so ein bisschen den LFR gespammt und konnten wir hier quasi den schicken G-Mod erspielen. Man kann das natürlich auch sagen, gut, das ist mir zu aufwendig, und ihr queut direkt einfach irgendwo in eine Gruppe rein, wenn ihr jetzt, wie ich, nur noch müthig lauft, sagt ihr, okay, komm, ich gehe jetzt einfach hier in eine Gruppe rein, suche mir eine Gruppe für nur Mechadrill und haue nur den einen Boss mit um. Ist vielleicht schneller, als den ganzen letzten LFR-Flügel durchzubasteln. Gut, soweit zu den beiden Mounts. Und dann kommen wir noch zu dem letzten. Und zwar, geben wir nochmal ein, haben wir hier dieses schicke Frost-Elementar. Das habe ich leider noch nicht, und zwar könnt ihr das nur im mythischen Schwierigkeitsgrad erspielen, und zwar von Jaina. Das hat ein ähnliches Model wie die Class-Mounts vom Schamanen. Die kennt vielleicht schon der ein oder andere. Es sind ja auch Elementare. Da hat man so ein Feuer-Elementar, so ein Wasser-Elementar. Und hier, ja, hat man so ein Frost-Elementar. Sieht sehr, sehr cool aus, will ich auf jeden Fall haben. Und, wie gesagt, dieses kriegt man nur von Jaina im mythischen Schwierigkeitsgrad. Und das bekommt ein Spieler. Hat im Moment hundertprozentige Drop-Chance. Anders als das Mechadrill-Mount, das liegt etwa bei einer einprozentigen Drop-Chance. Das Mount wird wahrscheinlich noch bis zum Addon-Ende auf hundertprozentig sein, so wie es bei den meisten anderen Mounts der Fall war. Bei diesem Oath-Ghul von, ja, Argus, beziehungsweise auch von dem Gul'dan-Mount, was man im mythischen Schwierigkeitsgrad bekommen hat. Das war ja auch bis zum Addon-Ende auf hundertprozentig. Sobald dann der Patch fürs neue Addon draußen ist, wird es wahrscheinlich wie alle anderen Mounts auf einen Prozent droppen. Heißt, ihr solltet das noch innerhalb von dem Addon am besten farmen. Ihr müsst es aber jetzt nicht innerhalb von diesem Content farmen, wenn es so gehandhabt wird wie in vergangenen Addons, wovon ich ausgehe. Heißt, ihr habt da noch ein bisschen Zeit für. Sollte eure Gilde gut genug sein und jetzt schon an Jaina dran sein, dann drücke ich euch selbstverständlich die Daumen. Wir brauchen noch ein, zwei Bosse, bis wir bei Jaina sind. Und ja, mal gucken, ob ich dann ein wenig Lack habe und mir das Mount auspielen kann. Das war's an Mounts, die es in dem Dungeon gibt. Wie gesagt, ich verlinke euch auf jeden Fall einmal den Achievement-Guide für das, ja, Meta-Achievement-Mount für den Pterodax und damit wären wir durch mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Teller, bis zum nächsten Mal. Tschau!